Drei Monate warten. Willst du spionieren oder feilschen? Ja, eher feilschen. Pass auf, ich brauche Silber. Ich möchte, dass du etwas für mich anfertigst. Dafür werden wir zerlegen. Und zwar... Pass auf. Können wir... Daraus kriegen wir Holz. Toll. Mit uns nichts. Ja, reines Silber. Gibt Silberbahnen. Schön. Wir brauchen allerdings nur einen. Gut. Und dann... Hätte ich gerne... Ach, wir können auch Armbustbolzen machen. Benötigstufe 9. Die kann ich machen. Stumpfe Armbustbolzen. Naja. Also. Ich meine ja nur. Soll ich mit dem Stumpfen Bolzen. Ähm. Pass auf. Silberschwert. Wiebern Schalschwert. Das hier hätte ich gern. 104. Billig ist es nicht. Aber ich glaube, es ist es wert. Sehr schön. Vielen Dank. Ähm. Pass auf. Das rüsten wir auch gleich aus. Und dann verkaufen wir mal die ganzen anderen Schwerter und Rüstung. Und den ganzen Schmarrn, was wir dann noch angesammelt haben. So. Das. Wiebern Silberschwert. Was war da noch? 10% Art. Aha. Aha. 10% Art vergiften. 20% Bonus Erfahrung bei Monstern. Das ist geil, Leute. Das ist echt geil. So. Willst du frionieren oder frionieren? Ähm. Zeig mir deine Waren. So. Ich hätte ne... Ah. Halt. Ja. Das Hexta Silberschwert kannst du haben. Das Ding kannst du haben. Das Ding kannst du... Oh Gott. Die bringen ja auch alle keine Kohle. Wer die Rüstung bringt. Ein bisschen Kohle. Mich hier repariere. Handschuhe kannst du haben. Was ist mit der Tophäe? Oh ja. Die bringt auch was. So. Ähm. Wenn ich die repariere. Ich guck erstmal... Was die... 26 reparieren. Hm. Ja doch. So. Handeln. Jetzt... Macht die auch nicht mehr. Ja. Wir dachten vielleicht ist die besser. Wenn wir sie... Oh ja. Ja okay. Das war... Verschenkt. Naja. Man kann ja alles haben. Ah. Halt. Warte. Oh mein Gott. Das ist echt schwierig zu steuern. Was haben wir denn hier? Donner. Wo haben wir das denn her? Haben wir das jetzt etwa von... 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 Dings bekommen? Wäre möglich, ne? Was haben wir hier noch? Necrophagenöl. Okay. Geisteröl. Wo haben wir das Geisteröl denn jetzt schon wieder her? Kann ich das immer wieder verwenden? Also doch. Ja gut, aber wo kommt doch nachher? Weil ich blick nicht durch. Wo wir das Zeug her haben. Was haben wir hier noch so? Monsterhirn. Oh, das nimmt er sogar. Oh, hier könnte man schon noch ein bisschen Kohle draus machen. Monsterblut. Okay. Pilze nimmt er nicht. Die geben schon ein bisschen Kohle, wenn wir das alles verkaufen würden. Aber... Ich behalte es trotzdem erstmal. So, was haben wir hier? Das reine Silbererz. Gut, aber daraus kann ich Silberbahnen machen. Das ist natürlich... Die werde ich früher oder später noch brauchen. Wolfsstunde. Verzerrbares Relikt. Senkt vorübergehend die erforderliche Stufe für alle Gegenstände um zwei. Das ist natürlich auch nicht blöd. Ne gut, pass auf. Das war es jetzt. Bis dann. Bis dann. Und vielen Dank für's Schmieden. So, pass auf. Den Schleifstein benutzen wir auch nochmal. Haben wir 15 Minuten bessere Waffen. Das macht schon was her. Und Inventar. Donner. Werde ich jetzt auch mal noch hier hinlegen. Das ist ein Novigrad. So. Donner ist nämlich, glaube ich, durchaus das Wert. Wie viel Schnaps haben wir denn? Ähm. Schnaps. Gegenstände. Ist auch kein Schnaps. Muss hier dabei sein, ne? Das Alkohäst. Hier. Sechs noch. Machen wir unbedingt mehr davon. Was ist vor? Redanischer Kräuterschnaps. Den kann man bestimmt noch hernehmen. Zwergenschnaps bestimmt. Leere Flasche aber weniger. Gott, Leute. Muss erst mal klarkommen, ey. Das Ganze. Kann wir die ordnen vielleicht? Irgendwie im Inventar. Hier so. Ah, ja. Gegenstände sortieren. Haltbarkeit. Seltenheit. Ne, warte mal. Ich würde gerne hier mal ordnen. Und zwar nach Preis. Gewicht. Haltbarkeit. Seltenheit. Seltenheit. Ne, Typ. Typ. Ich glaube, Typ ist gut. So, genau. Jetzt haben wir hier oben die ganzen Monster-Trophäen. Jetzt müssen wir aber auch irgendwo Alkohol haben. Nein. Haben wir nicht. Was ist das hier? Öl. Alkohol. Oh, doch. Warte mal. Hier. Ne, Phosphor. Thermerischer Roggenschnaps. Ne, Zwergenbrand ist hier. Vielleicht doch anders. Haltbarkeit. Seltenheit. Ne, Seltenheit ist blöde. Das ist Blödsinn. Ah, egal, Leute. Entschuldigt, Leute, für diesen kleinen Exkurs. Ach Gott. Kann man denen nicht helfen? Wo wird der denn ausgepeitscht? Hier. Pass auf, wir retten haben wir dem gar nicht sonst, Kommandantin. Hier ist er. Ne. Na gut. Dann verschwindet man wenigstens. Der Arme tut mir schon ein bisschen leid. Keine Ahnung. Okay, Flieder und Stachelbergen. Bereite dich mit Wesemir auf den Aufbruch aus Weißgarten vor. Ähm, pass auf, schnell reise. So, ich wollte nochmal eben ein Stückchen Fleisch essen. Ja, schnell reisen. Und Wesemir ist da. Genau, das dachte ich mir. Okay. Ähm. Oh, mein Kaufmann. Das hast du denn so. Oh, cool. Danke. Ähm, klar. Gucken wir mal. Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Was hast du denn so? Du hast... Oh, auf jeden Fall. Anfänger Waffen Reparatur Set. Ich glaube, das ist gar nicht blöd, wenn wir sowas dabei haben. Was haben wir sonst noch? Baumwolle, Pechdraht. Hm. Greifen Absurd. Was ist noch? Schnaps. Leere Flasche. Alkohäst. Zwergenschnaps. Oh, aber der ist teuer. Greifen Absurd. Erlittener Schaden erhöht für die restliche Kampfdauer die Schadensresistenz, bis eine Obergrenze erreicht ist. Na, dumm wär's nicht gewesen, wa? Dumm wär's wirklich nicht gewesen. Ähm. Hilft das dann nur gegen Greifen? Nee. Komm, kaufen wir mal. Aha. So, bis dann. Pass auf dich auf. So, das gucken wir uns jetzt mal an. Alchemie. Greifen Absurd. Kann ich sogar machen? Ach, aber dafür muss ich das Greifen-Muttergen verwenden. Okay. Erlittener Schaden erhöht für die restliche Kampfdauer die Schadensresistenz, bis eine Obergrenze erreicht ist. Vergiftung 70. Aber 1800 Sekunden wirkt da. Ich glaub, da vergeht, da geht die Vergiftung schneller wieder zurück als... Was brauchen wir da? Zwergenschnaps, Öl. Wisst ihr was? Ich mach mal eben einen kleinen Cut. Wollte ich sowieso jetzt mal die Aufnahme zwischen zu speichern. Und, äh, dann sehen wir uns gleich wieder. Und dazwischen schlag ich mal nach, was die Absurdum machen. Ob man die mehrmals verwenden kann, genauso wie die Öle. Genau. Dann würde ich sagen, bis jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Äh, denkt an alles, was mich glücklich macht. Das heißt, Likes, Abos, Comments, ähm, genau. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Oder beim nächsten Mal mal gucken, wie es schneit. Bis dahin. Ja, da sind wir wieder. Ähm, ja, hab mal geguckt, äh, die Absurdum. Genau, die können wir auch machen. Und die machen wir auch bloß einmal. Und dann fündet ihr sich wieder auf. Ähm. Ja, genau. Die haben halt eine extreme, äh, extreme Wirkung. Aber auch in extremer Vergiftung. Und anders als Tränke, ähm, bauen die sich nicht selbst wieder ab. Aber ich würde es trotzdem mal nehmen. Mach ich mal. Und dann haben wir das nämlich. Und es ist echt gut. Guck mal, das macht erstmal so ein bisschen Resistenz. Aber das wird mehr. Genau. Heilen können wir uns dann mit Nahrungsmitteln. Beziehungsweise mit Flüssigkeiten. Und, ähm. Genau. Und sonst können wir halt noch einen Trank einschmeißen. Jeweils. Das ist halt ein bisschen wenig. Vielleicht, warte mal, vielleicht können wir uns noch, ähm. Hier weißer Honig. Ne, dafür brauche ich. Was brauche ich dafür? Geistblatt. Und Zwergenschnaps. Ich glaube, den Zwergenschnaps hat er, glaube ich, schon hergenommen. Beim letzten Mal meditieren oder so. Genau, ist ja alles wieder aufgefüllt. Joa, ist jetzt zwar ein bisschen doof, aber ist halt so, ne? Gut. Wir kümmern uns weiter um die, um die... Ne, warte mal. Haben wir noch? Klar haben wir noch. Ähm. Genau, wir haben nämlich noch ein paar Fragezeichen auf der Karte. Zum Beispiel hier unten. Und die würde ich mich gerne noch kümmern, bevor ich mit, ähm... ...mit... ...unserem lieben... ...Wesemir weiterziehen nach Vesima. Na halt, ich muss da lang. Retten wir einfach mal am Strand. Dann nennen wir. Genau, ist jetzt halt noch ein bisschen was, aber... ...hat solltet, ne? Wir haben ja Zeit. Wird ohnehin ein sehr langes Let's Play. Habe ich schon festgestellt. Wacht, da waren wir auch schon. Ich muss da lang. Da, ein Ort der Macht. Ach du Scheiß, was ist das denn? Ein Bär. Der Bär, der Bär und die Jungfrau her. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Aua. Soll ich ziehen mal das Silberschwert? Ne. Das ist das Stahlschwert, doch besser. Aua. Goddammit. Der hat da richtig was drauf. Pass auf. Ich trinke meinen Mama. Macht mir Anlasskraft. So, du kriegst einmal Igni. Oh ja, das macht Schaden. Das macht richtig Schaden. Das ist gut. Aua. Das ist so gut. Mein Gott. Ja. Hat sich gelohnt, ne? Bärenfleisch, rohes Fleisch. Äh, Bärenfell, rohes Fleisch. Ist super. Gefällt mir. So, und dafür kriegen wir einen Ort der Macht. Und damit einen Fertigkeitenpunkt. Das ist richtig klasse. Ähm. Den investiere ich auch gleich mal wieder in die Tränke. Hier. Tränkebraun. 15% Überdosis Resistenz. Schwellenwert. Nein. Überdosis Schwellenwert. Genau. Um 10%. Von Tränken. Ich weiß nicht genau, was das heißt. Das muss man wohl dazu sagen. Aber man muss ja auch nicht alles wissen, ne? So, Weltkarte. Wo ist dann der nächste? Hier wäre noch einer. So. Da unten ist Plötze. Plötze, komm mal her. Aber vorher will ich noch gerne... Ich würde gerne tagsüber... ...weiter... ...machen. Na, halt. Warte mal. So. Alkohol hässer wurde hergenommen. Genau. Machen wir so. Frühs. Früh ist das, glaube ich, ganz in Ordnung. So. Plötze. Achso, klar. Jetzt ist die... ...wirkung natürlich wieder weg. Na. Willst du vielleicht? Hier. So. Halbe Stunde gratis Wirkung ist super. So. Und, warte mal. Haben wir noch einen Punkt? Ja, wir haben noch einen Punkt. Achso, wir haben... ...ja, klar. Wieder falsch Taste. So. Da ist die Brücke. Die nehmen wir. Jetzt reitete doch ganz schön schnell, ohne Ausdauer zu verbrauchen. Ich kapiere das nicht. Ich bin da echt ein bisschen rätselhaft, wann der... ...wann der jetzt richtig Ausdauer verbraucht und wann nicht. So. Hallo, Freunde. Passt auf. So. Bruder. Aua. Was macht man noch nicht? Mensch. So. Aber so wie ich das sehe... ...haben sich die... ...die neuen... ...Schwerter schon gelohnt. Die Kronen nehmen wir mit. Die ich lasse knüppeln, mal wiegen. Die beugen uns eh nix. Genauso wie die Schwerter. Knödel. Knödel mag ich. So. Eine Strickleiter. Na klar. Nehmen wir mal mit. Ähm. So. Ah. Eine Kiste. Und anderes. Ab wie jetzt zur Lederbalk. Noch einer. Was haben wir hier? Jägerhandschuhe. Lederschöck und Lederbänder. Manuskripte Drachentrauben. Das ist eine Bombe, wahr? Zerriebene Perle. Klar auch. So. Warte mal. Bomben können wir auch herstellen. Ich glaube mal gucken. Hier Sammum könnten wir zum Beispiel machen. Hier noch Kartetsche. Drachentraum. Gaswolke. Die Be... Ah. Mit Entzündung. Die... Ah. Schön. 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 Ah. Kartetsche. Für Gegner im Explosionsradius schreibt Nilschak zu. Bewirkt das Feuer... Bewirkt etwas Feuerschaden. Zerstört Monsternester. 350 Silberschaden plus 5 Feuerschaden. Mhm. Mhm. Ist eigentlich nicht schlecht, ne? Was haben wir hier? Sammum blendet Gegner im Explosionsradius. Oh. Blendet. Das ist gut. Zerstört Monsternester. Und hier haben wir noch... Ähm. Bewirkt eine feurige Explosion. Die Gegner in der Nähe im Brenn sitzen. Kannst du starten uns? Okay. Wir können Sammeln bauen. Deswegen mache ich das mal. So. Momentan. Die rüsten wir auch gleich aus. Wir machen aber erstmal die hier noch. Zerschmettern. Resistenz. Und aufschlitzen. Resistenz. Wollen wir mal vergleichen. Vergleichen. LT. Ah. Okay. Ne. Unsere ist besser. Können wir aber verkaufen. So. Hier. Bomben. Zwei Stück. Ah. Die haben sogar extra Bombenfächer. Okay. Das ist gut. Gut. Dann können wir die bei Gelegenheit auch mal einsetzen. Das ist eine coole Sache. So. Wo ist dann das nächste Fragezeichen? Ich mache jetzt mal eine kleine Fragezeichenrunde. Hier zum Beispiel. Ähm. Genau. Da muss man mal gucken. Plätze. Wie wir das dann letztlich machen mit... Ähm. Ich habe den Faden verloren. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen wollte. Ihr kennt mich ja. Das passiert mir häufiger. Alter. Einfach geradeaus weiterrennenplätze. So schwer ist das nicht. Einfach durch den Wald. Pass auf. Ich passe auf, dass du nicht gegen Bäume rennst. Da oben. Da oben. Da muss ja irgendwo hier hoch gehen. Alles gut. Wer bist du denn? Langsamer. Mit dem will ich mal reden. Ach. Ist das der, den wir mit den Medikamenten hier... Warte mal. Nee, ist Kaufmann. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Hallo. Reden. 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 Ja. Zünd mal das Feuer an. So. Geht's jetzt besser? Ich kann nicht mit dem reden. Der redet auch nicht mit mir. Weiter so, Plätze. Der wundert sich auch nicht, dass... Dass ein Typ auf einem... Auf einem kaputten Pferd absolut irre durch die... Durch den Wald reitet. In einem Affenzahn. Ähm. Puh. Warte mal. Hier komme ich überall nicht so gut hoch, ne? Aber hier vielleicht. Ich fand hier aus. Hey. Dann muss ich ja... Hier. Nee. Komm ich nicht hoch. Warte mal. Irgendwie muss ich doch hier hoch gehen. Im Dorf wahrscheinlich. Oder ich reite oben rum. Ja. Da reite ich unten über die Straße. Was soll's. Ist ja eigentlich auch egal. So. Hier. Ah ja. Seht ihr hier? Warten wir schon mal. Straße. Hier können wir nach links abbiegen. Dann kommen wir wieder in das andere Dorf, das halt zerstört ist. Und hier können wir dann nach links. So ist's gut. Okay. Da reitet so auch ganz gut im Galopp. Auch die Wege entlang. Und etwas verwirrt. Oh. Ohne aus da zu verbrochen. Ja. Zieht auf seine Augen. Ja. Ja. Ist ja... Hier noch Knödel. Knödel. Ich mag Knödel. Und noch ein Knödel. Schöne Sache. Ohrens. Floren. Was sind denn Floren schon wieder? Warte mal. Oh Gott. Jetzt ist es schon die dritte Währung. Ähm. Hier. Floren. Ohren. Und Floren. Ist das ein gefälschter Ohren? Oh. Aber die geben mehr. Die geben drei Kronen. Rodings. Und die Ohrens? Nein. Schön. Die sind wertvoller. Das gefällt mir. Mehr davon bitte. So. Gut. Weltkarte. Gucken wir mal. Da oben sind noch... Ein paar Fragezeichen. Hier sind auch noch ein paar. Sogar eine ganze Menge. Ja. Haben wir noch ein bisschen was zu tun, bevor wir hier wieder aufbrechen. Die will ich auf jeden Fall noch mitnehmen. Sollte auch nicht zu lange dauern. Warte mal. Machen wir hier mal einen Wegpunkt. Und dann könnten wir zur Kicherbrücke. Genau. Dann gehen wir da vorne an die Weggabelung. Ja. Fast so wohl. Genau. Dann gehen wir da vorne an die Weggabelung. Hier. Machen wir eine Schnellreise. Zur Kicherbrücke. Hier. Kicherbrücke. Kicherbrücke. Tatsächlich Kicherbrücke. Ich habe schon gedacht, das heißt Kärchenbrücke. Und ich verlese mich bloß die ganze Zeit. Aber dem ist es nicht so. Ja klar. Hier ist dicht. Pass auf, dann gehe ich andersrum. Dann machen wir Schnellreisen. Zur Mühle. Und fangen hier an. Na. 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 Hier will ich. Genau. Hier oben sind auch noch zwei. Und dann mitten im See. Ja. Wir machen erstmal da. Und dann gehen wir nochmal zurück. Machen wir so. Das ist kompliziert. Ich weiß. Aber. So läuft das nochmal. Plätze. Wo bist du? Hier bist du. Komm her. Ja. Ah. Aufsitzen. Gut. Los. Los. So. Dafür. Reiten wir am besten. Ich. Ach. Hier ist die Mühle. Okay. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-wieso denn? Warte mal. Doch, doch. Irgendwie kümmere ich mich. Die haben es verdient. Oh. Die sind aber. Oh. 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 Hör auf. Aua. Alter, die tun richtig weh. Die Pisser. Aua. Oh je. Ich könnte auch mal hier so und dann probieren wir. Wollte ich gar nicht. Aua. Hör auf. Okay. Aua. Du Dreckshetzer. Herrgott. Das ist echt. Aua. Hör auf. Hör auf. Aua. Herrgott. Zu spät gesprungen. Oh du Dreckshetzer. Hör auf. Okay. Aua. Verdammt. Huh. Jetzt wird's eng. Ich glaub da oben ist noch ein Bogenschütze. Oder? Huh. gegeltes Schweinefleisch. Schön, 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 schön. Leinen. Das hat uns für die eine Rüstung noch gefehlt. Eine Strickleiter. Den wir auch noch mit. Klar. Ja, ja. Da vorne ist noch einer. So. Ich schluck mal lieber noch ein Stück Fleisch. Warte mal. Zieh es auf seine Augen. So, mein Freund. Ich war jetzt auf jeden Fall schon mal vergiftet. Das ist gut. Ja, doch. Lief, lief, lief. Knödel. Zwirn. Zwirn. Ja gut. Ich weiß nicht, ob ich den wirklich brauche. Aber ich nehme mal mit. Elchemistenpulver. Schnür. Harz und Smark. Smarkstopp. Was macht der Smark? Ich schlau hier in der Mühle. Das ist ein bisschen teuer. Den kann sich doch kein Bauer kaufen. Also. Leisten. Wasserflasche. Alkohol. Das ist gut. Das können wir brauchen. Das ist richtig gut. So eine Truhe. Oh. Blaue Handschuhe. Silber. Salpeter. Holzfell. Handball nehmen wir auch mal mit. Ich gucke mal die Handschuhe an. Hm. Vier. Ja. Warte mal. Hier. Durchbohrungsresistenz. Aber Verbrennenresistenz hat er. Rüst mal aus. So. Ich will mal. Die Ruhne. Ach das sind Rüstungsruhnen. Das sind Waffenruhnen. Aha. Ich verstehe. Ich verstehe. Warte mal. Was macht die? Kleine. Kleine. Willerskruhen Stein. Zeichen Intensität plus 3%. Packen wir mal auf Silberschwert. Das haben wir hier. Kleine. Na die Kleinen will ich jetzt eigentlich nicht ausrüsten. Gut. Dann hat sich das erstmal. Ähm. So. Dann gucken wir natürlich noch mal drin. Ich kann Alkohol hier brauchen. Bitte lasst die Alkohol hier lagern. Nein. Hier nicht. Hier nicht. Das sind Banditen. Die müssen noch Alkohol dabei. Das ist ein Hülo oder sowas. Ja. Sehr schön. Ja. Mach mal. Hallo. Ähm. Warte mal. Oh. Ich hätte bestimmt oben an der Kirchebrücke auch das A teilnehmen können. Mann. Aber auf sowas muss man erstmal gucken. So. Was haben wir denn hier? Oh. Ein verbesserter Sattel. Und ein paar Ohrens. Herz. Alchemie. Schema Glanz. Insektuidenöl. Wow. Richtig schöne Sachen hier. Hier unten. So. Die ist abgeschlossen. Das ist ja doof. Guck mal. Kann ich hier nicht. Kann ich hier nicht. Ne. Gibt es bestimmt eine Quest für. Kavallerie Stiefel. Und noch mehr Ohrens. Ähm. Inventar. Stiefel. Oh ja. Bitte da rum. Sehr schön. Sehr gut. Das freut mich doch. Hallo. Gehst du hier wieder raus? Ja. Tust du. Wusste ich so. So. Und sonst glaube ich. Gibt es ja nicht mehr allzu. Da unten. Tut sich irgendwas. Da ist irgendwas laut. Okay. Gut. Ich glaube dann können wir wieder Plätze. So. Wo genau müssen wir denn hin? Muss mal gucken. Hier. Also eigentlich geradewegs nach Osten. Heia. Jetzt braucht es plötzlich Ausdauer. Au. 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 Hört doch auf. Guck mal das mal. Ich kann euer Fleisch eigentlich ganz gut drauf. Au. Gott. Gott. Hört doch auf. Was ist denn los mit euch? Eine Honigmaue bitte. Guck mal. Oh Gott. Ja. Du kriegst auch noch aufs Maul. Oh Gott. Die sind fies ey. Hundetalk können wir auch gebrauchen. Hundetalk noch mehr. Wolfsleberrohes Fleisch. Hundetalk. Da ist noch einer. Die haben wir ganz schön zugesetzt. Muss ich sagen. Ich glaube aber gegen sowas wäre irgendwie auch absolut nicht schlecht. So. Pass mal auf. Ich werde mal eben. Statt dass ich noch mehr Zeug verbaue. Meditieren wir mal eine Stunde. Aktuelle Zeit. 14. Wir machen mal was. 15 Uhr. Sehr gut. Alkohol. Alkohol. Und alchemistische Objekte aufgefüllt. Ähm. Okay. Also die Bomben fressen anscheinend auch Alkohol. Test. Ah. Warte mal. Wir haben doch einen verbesserten Sattel. Fertig Sattel wird nicht so schnell. Ah. Schön schön. Ja. 5 Ausdauer. Ja. Das ist gut. Kann sich sehen lassen. So. Jetzt bin ich schon dran vorbeigeritten oder? Das war wahrscheinlich die. Ah. Noch ein Wolf. Hallo. Steigst du mal ab? Okay. Ja. Ich glaube mehr sind es nicht. Oh doch. Aua. Das ist viel. So. Ja. Und die Kämpfe gehen hier auch wesentlich schneller zu Ende. Wende. Also. Er steckt das Schwert wesentlich schneller zurück als im zweiten Teil. Das ist auch ziemlich super. Okay. Tote Tiere. Rüstungen. Warte mal. Ist doch ah. Hier zum Beispiel. Hartz. Hartz. Jägerhose. Können wir uns denn auch gleich kommen? Drei Jägerhosen. Eine Strickleiter. Warte mal. Jägerhosen. Ja. Drei Stück. Ist aber besser als unsere. Ziehen wir an. Sieht ein bisschen neuer aus. Aber. Oh. Hingeschmierte Notizen. Kressgegenstand. Sehr schön. Kleiner Trinklafenstein. Den Sattel können wir hier lassen. Obwohl. Den können wir vielleicht verkaufen. Was haben wir hier noch? Schema, kurvierisches Entermesser. Und Hydrogen. Okay. Momentan ist ein Questgegenstand. Das heißt, ich lese den doch mal anständig durch. Ihr könnt das zeitgleich mit mir machen. Dann kann ich ihr eigentlich auch vorlesen. Ich wollte eigentlich nicht mehr so viel vorlesen. Egal. Die Dinge laufen besser für uns. Wir haben tief im Wald unser Lager aufgeschlagen. In der Nähe der Alten Mühle. Und waren schon ziemlich erfolgreich. Das heißt, die Leute sind armer. Aber wenn man sie lang genug ausquetscht, fällt immer was ab. Ein Sackgetreide hier. Ein paar Kronen dort. Nicht schlecht für die leichte Arbeit. Eindeutig besser als die Armee. Zumindest haben wir was, womit wir unsere Bäuche füllen können. Und das Risiko, dass wir dafür mit dem Leben bezahlen. Nun, das ist immer noch kleiner, als wenn wir den Nilfgaard uns in Nathalys Befehl nennen würden. Okay. Wir waren ja schon in der Mühle. Aber. Wir werden trotzdem nochmal schnell hingehen dann. Weil jetzt. Haben wir eventuell. Haben wir einen Schlüssel bekommen? Ne. Ne, war. Hör mal. Ähm. Die Fest. Ich weiß, dass das anstrengend mit mir, aber. So ist das nochmal. Das kann ich. Okay. Schatz. Hier. Dreckiges Geld. Ja, den habe ich schon gefunden. Aber die Kiste ist abgeschlossen. Warte mal. Vielleicht ist hier noch irgendwo ein Schlüssel. Sieht aber nicht so aus. So. Ah, das Feuer mal an. Um, das Feuer mal an. Und das Feuer mal an. nau mete in.